So meine Lieben, guten Abend. Ich freue mich dermaßen. Es hat ja auf eins und mal angekündigt, ja, wir werden auf Programm gehen, wir werden auf Satellit empfangbar sein und siehe da auf Astra 19,2 Grad Ost, Frequenz und so weiter. Ich zeige es mal. Also, so finden Sie das. Sie können es jetzt auch einfach, ich lasse das Bild mal eine Weile stehen, Sie halten das Video an, können sich dieses irgendwie abschreiben oder ich werde mal irgendwie anders versuchen noch, ja, mal sehen. Ich werde mal vielleicht noch irgendwie einen Link drunter setzen, sodass Sie diese Daten dann abschreiben können und dann eingeben. Das wird nicht leicht sein, also einfach ein Suchlauf, ja, kann sein, kann nicht sein, weiß ich noch nicht. Ich schreibe auch unten in die, ich habe eine Mail bekommen von auf eins, ich schreibe auch unten in die Videobeschreibung den gesamten Text rein und ja, dann müssen wir uns einfach durchkämpfen. Was ich mit dem Video jetzt erreichen will, einerseits freue ich mich, die andere Seite ist, dass wir uns gegenseitig Tipps geben, wie können wir diesen Sender so gut wie möglich per Satellit empfangen, wie funktioniert es und so weiter und so fort. Die Sendezeiten werden nicht über den ganzen Tag sein, aber lang genug, morgens und abends bis 22 Uhr und so weiter. Es steht aber alles unten im Text dann drin, einfach nachgucken und wie gesagt, das Video ist dafür, dass wir uns gegenseitig helfen, auf das wir den Sender so leicht wie möglich empfangen können. Da wird es Leute geben, die Fragen haben, einfach mal durchlesen, lesen Leute und das Video bis zu Ende schauen, wie Reichelt immer sagt, einfach mal lesen, 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 lesen und dann danach handeln. Mehr können wir im Moment nicht machen, aber ich denke mal, da haben wir einen Sender, der uns wieder ein Stückchen mehr Licht ins Dunkel bringt und den sogar per Fernsehen. Warum nicht? Mein Gott, da kriegen die anderen wenigstens ein bisschen Konkurrenz oder wie auch immer. Ich freue mich so oder so. Das soll es gewesen sein, ich werde dann rangehen und mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert, aber ich schätze, das wird funktionieren. Das kriegen wir hin. Na dann, alles Gute, einen schönen Abend, beste Wünsche und bis zum nächsten Video. Ich denke, das war eine schöne Nachricht für heute Abend noch, um das Wochenende ausklicken zu lassen. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.